Das System unterstützt zum Beispiel in der Stadt. Unterhalb von 30 km pro Stunde erkennt die City-Notbremsfunktion stehende und bewegte Fahrzeuge im vorausfahrenden Verkehr. Wie in dieser Situation. Der Fahrer übersieht die Bremslichter. Das System reagiert und sorgt für eine starke Verringerung der Aufprallgeschwindigkeit. Im Idealfall kann ein Auffahrunfall vermieden werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017